Na alle zusammen, hier ist wieder Ocela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs uns heute wieder so einen kleinen Achievement-Guard präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Allzeit Schlachtzugsbereit 7 und für diesen müssen wir Naltor, den Eisbinder in der nekrotischen Schneise, auf den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, ohne von Kometenhagel, Blizzard oder Sekundäreffekten der frostigen Fesseln getroffen zu werden. Das ist ein Personal Achievement und diese ganzen Effekte betreffen immer den einzelnen Spieler. Ich würde sagen, wir gucken uns die Effekte mal im Einzelnen an. Wir haben einmal einen Effekt, der schimpft sich Kometenhagel und dieser Kometenhagel sind einfach kleine Voids, hier seht ihr sie gerade, unter jedem Spieler erscheinen die und da müsst ihr einfach rauslaufen. Wenn ihr die ganze Zeit am Moven seid und nicht ineinander reinlauft, ist das eigentlich überhaupt kein Stress. Dann gibt es die zweite Fähigkeit und zwar frostige Fesseln. Da wird immer ein Spieler anvisiert, der kriegt Fesseln um sich rum, wird auch festgefroren und da müsst ihr einfach aus dem Kreis rauslaufen, die anderen Spieler. Wenn das nämlich ausläuft, dann werden die anderen auch eingefroren und das ist quasi dann der Sekundäreffekt, wo ihr nicht getroffen werden dürft. Und das letzte, den Blizzard, den gibt es nur in der anderen Phase und zwar Dunkles Exil. Wird immer ein DD anvisiert, wird in eine andere Phase rübergeschmissen oder in eine andere Ebene, dieser Nekropole und dort wird er dementsprechend dann mit dem Blizzard konfrontiert. Das ist einfach ein Bodeneffekt, wo ihr rauslaufen müsst und mehr ist es tatsächlich dann nicht an dieser Stelle. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tla, bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!